Auto Power Link, am Beispiel der Samsung Soundbar Sound Plus HW-NW700. Sollte die Soundbar durch ein digitales optisches Kabel an Ihren Fernseher angeschlossen sein, kann sie dank der Auto Power Link Funktion automatisch eingeschaltet werden, sobald Sie Ihren Fernseher einschalten. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie die Auto Power Link Funktion aktivieren und deaktivieren können. Schalten Sie zunächst die Soundbar ein. Drücken Sie die Quelle Taste auf der Fernbedienung so oft, bis im Display DIN angezeigt wird. Halten Sie die linke Navigationsfeldtaste der Fernbedienung 5 Sekunden lang gedrückt, um die Auto Power Link Funktion auf ON oder OFF zu stellen. Schauen Sie sich auch unsere anderen Hilfe-Videos zum Thema TV Audio Video an.